So still da, das hat ein Wüstling, der Fenton-Zerstörer genannt wird. Der ist mindestens doppelt so groß wie ich und so stämmig wie ein Bulle. Ich würde mich nicht trauen, es alleine mit ihm aufzunehmen, aber der mir ein Gewalt für sein Wüstling... Ich würde mich nicht trauen, es würde mich nicht trauen. Ich würde mich nicht trauen, es würde mich nicht trauen, es würde mich nicht trauen.